Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Also Pisten in allen Schwierigkeiten und vor allem die Tiefschneepisten finden wir super und auch ein paar Funparks. Und dir, Treni, mehr die Sonne und die Berge. Die Sonne und die Berge, genau, finde ich wunderbar und viel Schnee und Urlaub und eine nette Gruppe einfach. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spass hier in Lachs und wir werden sicher mit Kollegen wiederkommen. Auf jeden Fall. In den nächsten Tagen wird es ein bisschen wechselhaftes Wetter, aber sicher wird es wieder ein bisschen frischen Schnee geben, was wir alle natürlich freuen. Und heute wünsche ich euch viel Spass noch. Habt's Onge. Dankeschön. Danke. Tschüss aus Lachs. Ciao. Ciao. Ciao.